Hey Leute, cool, dass ihr bei unserem neuen Video wieder dabei seid. Mein Name ist Alexandra Ewang, ich arbeite als Pferdemensch-Fotografin. Und ja, ich weiß, wir haben mittlerweile schon das Jahr 2018. Wir sind im Jahresrückblick noch in 2017 und zwar sogar auch erst im April. Sorry, das ging leider nicht schneller. Aber wenn ihr trotzdem Lust auf die Videoreihe habt, dann schreibt das auf jeden Fall uns in den Kommentaren. Dann werden wir die anderen Monate auf jeden Fall auch noch hochladen. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir werden euch einfach wieder die Bilder zeigen, die ich in dem April 2017 gemacht habe. Das heißt in Workshops, bei Coachings oder auch bei Fotoshootings. Die seht ihr jetzt alle, ich erzähle euch was zu den Bildern. Und vielleicht habt ihr ja auch ein Lieblingsbild. Dann einfach auch damit ab ins Kommentar. Wir freuen euch von euch zu lesen, wie immer. Und jetzt ganz viel Spaß und Freude mit diesem Video. Los geht's! Und zwar mit einem Fotoshooting für unser Label Martas Sommer. Und diese Bilder, die hat der Marco von mir und den Hunden gemacht. In einer wunderschönen Frühlingskulisse. Und wenn euch die Rucksäcke gefallen, die könnt ihr bei uns im Shop kaufen. Guckt mal auf www.alexandraewang.de. Da gibt's die. Und ich mag die Fotos so gerne. Schaut mal, wie süß die Nelly ist. Richtig cool. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr drüber gefreut. Dann hatte ich ein super cooles Familienshooting. Melina ist nämlich eine Stammkundin von mir. Hier seht ihr sie mit ihrem Sohn Henry. Der ist da ein Jahr alt gewesen. Und ich habe sie an der gleichen Location ein Jahr vorher mit Babybauch fotografiert. Wie cool ist das denn? Wir haben uns auf jeden Fall schon öfters für Shootings gesehen. Und da auch wieder. Und das macht immer super Spaß mit ihr. Dann war ich in Wadan. Und zwar für ein Kundenshooting mit der Laura und ihrer Reitbeteiligung Quidan. Ja, hier die beiden Bilder, die ihr jetzt gerade schon seht. Die zählen auch zu meinen absoluten Top-Favorites aus unserem Shooting. Ich finde die sind einfach richtig schön. Und die Laura kannte ich auch schon. Die hat nämlich auch schon an einem Workshop von mir teilgenommen. Ja, und hier galoppiert sie mit Quidan über die Wiese. War auf jeden Fall ein genialer Abschluss. Übrigens auch noch mit Pizza. Wir hatten da einen tollen Tag zusammen. Hat super Spaß gemacht. Danach ging es weiter. Und zwar für ein Kundenshooting. Und zwar mit dem Rocky. Und der Michelle. Der Rocky ist ein Kalbblut. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich voll Kalbblutverrückt bin. Ich finde die so süß. Ja, und die beiden sind eh unfassbar süß zusammen. Und hier hatten wir auch eine wunderschöne Frühlingskulisse. Die Bäume wuchsen nämlich einfach am Wegesrand. Und das war so eine Kurve. Und da konnte ich die beiden einfach zwischenstellen. Dann kam das Zauberlicht so von hinten durch. Also die Sonne. Und dann sind diese Bilder entstanden. Ja, und ihr seht es schon zum Abschluss nochmal. Mega Zauberlicht. Explosion. Haben wir auf der Weide vom Rocky noch Fotos gemacht. Und das Bild, was jetzt gleich kommt, das ist ein Portrino vom Rocky. Das hat die Michelle sich gewünscht. Und das war gar nicht so schwierig. Der wollte, äh, gar nicht so einfach. Der wollte nämlich die ganze Zeit fressen. So, danach ging es weiter. Auch ein Kundenshooting. Jessie und ihre Stute Lalique. Und was ihr da im Hintergrund gerade gesehen habt, das ist ein mega Sonnenaufgang. Beziehungsweise ganz oben war sogar noch der Mond. Und das ist ein Sonnenaufgang. Und das war so unfassbar kalt an diesem Tag. Also das war wirklich richtig, richtig krass, was die Jessie da für ein unfassbar mega Durchhaltevermögen hat im Kleid, Leute. Das war wirklich kalt. Und ich finde diese Stimmung aber auf diesen Bildern durch dieses Kalte wirklich einfach sehr, sehr besonders. Die geben den Fotos noch so eine gewisse Kühle gepaart mit der Sonne. Hier sieht man es mit den Wirken nochmal ganz besonders. Ja, und Jessie's Hund musste natürlich auch mit auf das Foto. Und auch dieses Fotoshooting ist mit einem super coolen Galopp auf der Wiese geendet. Ja, danach zurück nach Nordrhein-Westfalen. Hier habe ich ein Personal Coaching gegeben. Und zwar für die liebe Alex. So ist meine Kundin an dem Tag. Und vor der Kamera seht ihr keinen geringeren Zylinder und ihren Pony Wallach-Diuk. Ja, die beiden standen ja jetzt schon relativ oft vor meiner Kamera. Und ich freue mich da jedes Mal drüber. Und ja, ich glaube, zu der Location muss ich nicht sagen. Das war wirklich absolut phänomenal und richtig großartig. Danach ging es nach Renes. Und hier hatte ich jetzt erstmal ein super cooles Kundenshooting. Und die ganzen Mädels plus Pferde, die ihr jetzt auf den Bildern seht, die haben mich alle für ein riesen Sammelshooting gebucht. Das heißt, wir haben da wirklich gefühlt den kompletten Tag zusammen verbracht und fotografiert. Da gibt es auch noch ein besonderes YouTube-Video zu. Das verlinken wir euch in der Infobox. Schaut da unbedingt rein, wenn ihr auch ein paar Bewegtbilder zu diesen Fotos sehen wollt. Ja, das sind jetzt die ganzen Ergebnisse, die da wirklich so innerhalb von einem Shooting entstanden sind. Könnt ihr euch mal so einen Einblick geben, wie das dann so aussehen kann. Da haben wir noch Familienfotos gemacht. Ach, das war auf jeden Fall wirklich super, super cool. Wir hatten Zauberlicht und es war auch hier mega, mega, mega kalt, muss ich gestehen. Aber es haben alle tapfer durchgehalten, zum Glück. Hier hatte ich dann noch ein Kundenshooting in Renes. Das ist Joana mit ihrer Stute Filen. Ja, die ist ja extra für uns hingefahren. Nur für dieses Fotoshooting. Das könnt ihr übrigens auch machen, denn wir haben im Sommer wieder eine ganze Zeit in Renes, wo ihr uns buchen könnt vorher. Ganz persönliches Shooting, wenn ihr möchtet. Wir würden uns mega freuen. Schreibt uns einfach eine Mail über das Kontaktformular meiner Homepage. Ja, hier seht ihr, wie dann so Bilder aussehen können. Und das war so cool, weil sie hat uns auch danach noch eine Postkarte geschrieben, wie gut es ihr gefallen hat auf diesem Fotoshooting und war einfach so dankbar über diese Bilder. Und sie ist wirklich so ein wahnsinnig lieber Mensch. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht zu fotografieren. Und die beiden sind auch eh ein tolles Team. So, weiter zu diesen Bildern, die ihr jetzt hier gerade seht. Das war ein Workshop, den ich gegeben habe. Und zwar mit Steffi, Kira, Casey und Woody. Ja, die kennt ihr jetzt bestimmt schon von einigen meiner Bilder. Und Manu und Charlie waren auch dabei. Und das war richtig genial. Hier seht ihr nochmal die ganze Workshop-Gruppe. Ja, wir hatten da ein Workshop in Renes, direkt am Strand mit einem Morgenlicht-Shooting und einem Abendlicht-Shooting. Und die Mädels und die Pferde haben so fantastisch durchgehalten und mitgemacht. Und es sind richtig coole Bilder entstanden. Das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Schaut euch dieses Bild mal an, Kira und Casey. Wahnsinn. So, danach geht es weiter. Bei uns war auch für ein Kundenshooting zu Lara und Antec. Da habe ich mich mega gefreut, denn da bin ich auch in Holland gebucht worden als Fotografin für die beiden. Und der Antec ist ein ehemaliges Rennpferd. Ja, er hat sich auch ein bisschen benommen wie ein ehemaliges Rennpferd, aber das sei ihm gegönnt. Und da haben wir halt eben diese Bilder gemacht. Und Lara steht hier in ihrem Brautkleid am Strand, was natürlich auch nochmal sehr, sehr, sehr besonders ist, wie ich finde. Und die Serie ist auch einfach total schön und wir hatten einen tollen Tag zusammen. Hier in Düsseldorf, diese Seite seht ihr jetzt gerade, Birte und ihren Shadow. Und ich finde, die beiden sind so toll zusammen, oder? Ich finde, Shadow ist irgendwie auch so ein Bilderbuchpferd. Und die beiden sind einfach unfassbar süß. Birte ist so verliebt in dieses Jahr, denn das hat einfach auch total viel Spaß gemacht, anzuschauen. Da war noch ihre Mama bei dem Shooting dabei. Und das war einfach richtig genial. Und danach habe ich in Düsseldorf ein Personal Coaching gegeben. Und zwar für eine total süße Person. Und zwar für die Jonah. Die Jonah hat nämlich danach auch noch ein Fotoalbum gebastelt von diesem Coaching. Da habe ich mich mega drüber gefreut. Hier seht ihr sie jetzt gerade auch. Und wir haben da die liebe Caro fotografiert. Und hier seht ihr mich gerade nochmal mit Jonah und Caros Pferd. Das war auch auf jeden Fall ein mega cooler Tag. Und richtig, richtig, richtig kalt. Also Caro, falls du dir das anschaust, vielen, vielen Dank nochmal fürs Durchhalten. Ich finde die Bilder total schön, die entstanden sind. Hier seht ihr jetzt einen Tag von unserem Foto Girls Day. Und hier seht ihr jetzt die ganzen Girls mit unseren Martha Sommerrucksäcken. Die Mädels haben die dann nämlich direkt mal Probe getragen und für gut befunden. Und das sind dann halt die Fotos, die ich von den Mädels gemacht habe. Hatten wir einen super genialen Tag zusammen. Und wenn ich das so sehe, kommt es mir irgendwie vor, als wäre es gestern gewesen. Das ist ein Wahnsinn, dass das jetzt schon irgendwie wieder fast ein Jahr her ist. Richtig krass. Danach habe ich noch einen Workshop gegeben. Und zwar mit Coco und Pö und zwar auch in Düsseldorf. Die beiden standen schon öfters vor meiner Kamera. Macht immer wieder Riesenfreude, mit Coco und ihrem Pö zu arbeiten. Hier seht ihr meine Workshop-Gruppe, die ich da an diesem Tag hatte. Und das sind Sarah und Quinny. Und die standen auch schon ganz oft für Workshops und auch Coachings vor meiner Kamera. Auch ein wahnsinnig geniales Team. Haben auch eine Facebook-Seite, falls ihr die besuchen wollt. Ja, und da sind diese Fotos entstanden und die mag ich wirklich auch unfassbar gerne. Hier seht ihr dann jetzt nochmal die Workshop-Gruppe. Gruppenfoto muss immer sein. Es gibt irgendwie von jedem Workshop und von jedem Coaching auf jeden Fall ein Gruppenfoto zur Erinnerung. Finde ich nämlich total cool. Das hier war auch ein Personal Coaching. Und zwar für die liebe Angelika. Und das ist jetzt was Besonderes, denn die Angelika hat einen Blumenladen. Und sie wollte, dass ich ihr zeige, wie man ihre Blumen und ihre ganze Deko cool in Szene setzt. Mit noch ein paar dazu. Haben wir die beiden fotografiert. Die haben sich da beworben. Und wir haben mit Miriam einen total genialen Tag. Und dem Marc. Ja, hier ist nochmal eines der obligatorischen Gruppenfotos, die immer sein müssen. Das hat auf jeden Fall auch richtig Spaß gemacht. Und was ihr hier jetzt seht, das ist ein Kundenshooting. Das ist die Steffi mit der Mokka und dem Fritzi. Ja, ein BVB-Foto haben wir auch gemacht. Auch mega genial. Und das sind auch Morgenlichtfotos. Das heißt, wir haben diese Fotos im Morgenlicht, also mit dem Sonnenaufgang fotografiert. Sieht man auch an der Weide, dass da noch so der Tau drauf liegt. Genau, und da sind diese Bilder entstanden. Danach war ich in Köln. Auch für ein Kundenshooting. Ihr seht schon, ich habe wahnsinnig viel im April geshootet. Und zwar für die Sylvia und die Dani und die Scarlett. Scarlett ist die Stute, die gehört der Sylvia. Dani ist die Reitbeteiligung. Da haben wir auch noch ein Freundin ein Foto gemacht. Finde ich auch mega süß. Mitten im Wald und ich finde, es sieht so verwunschen und verzaubert aus. Und irgendwie hatten wir noch so eine geniale Lichtstimmung. Also ehrlich gesagt, hätten wir noch ewig weiterschuten können gefühlt. Aber schaut euch mal an, wie genial der Himmel zum Schluss geworden ist. Finde ich auch richtig, richtig cool. Und da noch mal, Mädels, vielen, vielen Dank für euer Vertrauen und den genialen Tag. Ihr wollt mehr so rückblickend? Dann schreibt uns das jetzt ins Kommentar. Ich würde mich richtig freuen. Abonnieren nicht vergessen. Wir freuen uns über eure Abos. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Liebe, eure Alex.